Hier ist die Stelle des Bootanlegers, wo die Schiffe ins Wasser reingelassen werden oder rausgelassen werden, wenn sie ihre großen Yachten aus dem Wildsee dann wieder rausholen müssen im Winter oder im Sommer wieder rein. Das ist dann hier die Stelle. Und hier haben wir auch das Problem, hier ist der einzige Kanal, wo wir vorhin gesprochen haben. Ich zeige das gleich auch noch mit einem anderen Video. Hier kommt das Wasser nur rein bzw. raus für den ganzen großen See der alten Wesern. Das ist einfach zu wenig für das, was man hier vorhat. Da hat man auch nicht vergessen, die Menschen gehen da schwimmen, die Hunde gehen da schwimmen, die Fischzucht. Wir haben immer diese Blaualgeln. Das ist einfach, weil das Wasser viel zu oft steht, weil hier die Schleuse auch zugemacht werden kann wegen den Fischen. Und da muss man sich mal ein Konzept überlegen, dass man das mal anders macht. Also wie ich vorhin sagte, da hinten an der Stelle nochmal so eine Schleuse hinsetzen. Das Problem müsste eigentlich gelöst sein.